Servus, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest. Das letzte Mal haben wir hier stehen geblieben. Haben unser Lager wieder aufgebaut. Weil da ein paar Arnsis und Virginias da waren. Und das zu genüge. Gerade eben sind schon wieder euch vorbeigelaufen. Aber nur vorbeigelaufen. Ja, passt schon. Ah, Hasenstall, oder? Es sind schon zwei drin. Wie kann man die kaputt machen? Ähm, E und Links-Click. Du willst dich doch wohl nicht kaputt machen. Oh, das war echt widerlich jetzt, wie ich es geschrieben habe. Ja, ich... Ich wollte gerade sagen... Ich hab genau gewusst, was du gemacht hast, als du so... Oh, gemacht hast. Okay, jetzt hab ich auch meinen Beutel. Ist auch kein Reaktor. Oh, jetzt hab ich auch meinen Beutel. Später. Fiedervieh, 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 Fiedervieh... Dann bauen wir mal du weiter. Ich esse noch etwas, oder geben wir mal wieder in den Höhlen. Wär ich dafür! Wir haben ja wieder aufgebaut hier. Zack. Ich wär für Hülle. ISS! Aber ob an den Büschen wieder was wächst, wage ich zu bezweifeln. Doch, doch! Ich hab's erst wieder abgeerntet. Da wächst immer wieder was dran, soweit ich das weiß. Dann gehen wir wieder in eine Hülle, oder? Kann man ja. Wo hätt man denn welche? Keine Ahnung. Ähm... Waren wir da unten schon? Ja, gell? Ich glaub schon. Ach, jetzt sind die Hüllen eingezeichnet. Ja. Aber dann waren wir da noch nicht dran, ne? Aber die Sticks sind auch eingezeichnet, oder? Ich glaube, wir waren da... da links waren wir noch nicht bei den... Ich glaub da... Ja, da wollten wir nicht letztes... Dann gehen wir da hin. Oh, yeah. Wieder. Wieder wird das gehen. Und ich ess nochmal kurz los. Oh, kurz. Weißt du, ich kann die nicht mehr auflösen. Kann ich. Voll. Alle Slots voll. Das hab ich ja wenigstens mal eine rostige Axt, die eigentlich nichts bringt. 49 Pfeile. Äh, wie soll ich sowas machen? Neunundvierzig? Neunundzwanzig! So. Wollt grad sagen. Kann man nur 30 haben. Ich würd's auch bevorzugen, jetzt halt abzuhören, weil... die ganzen Kannibalen werden wahrscheinlich nicht immer wiederkommen. Ja, aber wenn wir wiederkommen, ist das Lagerwecker. Ne, ne, das nicht. Mein ich zumindest. Das ist Winst du, ha? Ich geh genau richtig hin. Nein. So, ey, du lief mich zu da. So, auch da müssen wir hin. Ey. Wir müssen doch. Wir müssen jetzt mal stehen geblieben und haben noch nicht weiter gegründet. Nein, nicht. Nur Winst ist Winst. Keine Ahnung, ist mir egal. So. Wollt, paar Stöcke aufsammeln. Immer gut. Ey. Was machst du? Cool, ich mach jetzt diese Sträuche mit einem Schlag kaputt, nicht nur mit zweien. Sweet, ein Bauschbuff. Jump'n'Run-Einlage der Extra-Klasse wiedergibt. So, hier war eine Höhle. Hä? Ah, die ist seitlich da drin, oder? Ne, wo ist denn die? Ich seh dich. Hexi. Was? Hexi gefunden. Ja. Sehr gut gemacht. Ich glaub, die werd ich mir sogar die Rüstung anziehen. So. Haha, jetzt bin ich aber hier gepanzert. Wo ist denn die Grille? Was für was weiß ich jetzt? Ich hab sechs Mutanten-Rüstungen. Und... ...drei Echsen heute. Ey, ich müsste hier die Grille sein. ... ... Neiin, so knapp daneben. Es war gelogen. Was ist das? So... Bist du schon drin? Ja. Das ist ja gut. Nee, das ist nicht die... Ich hab vielleicht kein Dynamit mehr, gell? Ich hab keine Ahnung. So, die hat mich nicht erwischt. Könnt ihr einen erwischen, oder was? Nee, ich mein, erschreckt. Was? Was? Ich glaub, da kann man tauchen. Ich glaube auch. Ja, hier geht's auch lang, gell? Ja, aber hier geht's weiter, gell? Und was ist da? Ja, hier geht's wahrscheinlich wieder über versteckte Sachen. Sauerstoffflasche. Witzig. Was, wegen einer Sauerstoffflasche? Willst du da jetzt tauchen? Oder wegen zwei, bin ich hier unten reingeschwommen. Ähm... Ach so, der Scheißträger war. Ja. Muss ich hier aber mal kurz feiern. Warum? Ja, ich friere! Ja, mi mi mi! Schneid ich jetzt halt durch. Okay, da ist irgendwas. Was gehört. Brauchst du was zu essen? Nö. Ich leg grad so was drauf. Ja. Meins geht eh wieder, wir sind jetzt kaputt. Bisschen hält schon noch. Komm, bei mir. Ja, Mann. Zieh dich. Jetzt lauf ich nicht im Weg rum, ey. Doch, ich klau. Ich klau. Oh, da krieg ich wohl die Exit. Du warst eh voll. Nee. So. Frisch gestärkt. Ran an den Speck. Irgendwas ist da unten, ja? Ja, ich hab da mein, äh... Äh, Ding hingeschmissen. Toll gemacht. Meine Flair, die ist da außerdem... Ey, wir sind ineinander! Guck mal! Oh. Ich glaub, das ist so ein Baby, oder? Ja. Da weiß ich was, Freunde! Da weiß ich was! Was denn? Hm, ja. Man kann ja auch eigentlich so schön zielen da. Hm, bäms. Nice. Oh ja! Ja. Da sind auch noch grad welche. Hm. Bäms. Toll. Wie er lacht. Ja, da lacht er aber. Wie sie irre lachen, das ist so geil. Komm drauf! Auf in ihr Schmerzensschrei. Na ja. Nice. Nee, die Sprengstoffe möchte ich mir aufheben. Äh, kann ich jetzt da runter gehen? So ein Baby ist noch da. Und die zwei sind auch noch da. Draufgeschissen. Folien ist nur einmal. Ja, ole ole. Nee. Ich mach ableeren. Ableeren! Das Baby ist tot. Ich glaub zumindest. Ey, wo ist denn der? Wie ist denn der hinter mich gekommen, ey? Alter! Das ist der Ander hinter mir! Scheiße, tot. Diese Wichser, ey. Alles gut. Vor allem die Rüstung wär halt jetzt schon wieder komplett weg. Ich hab tatsächlich noch die Ex-Normsdruck verloren. Der hätt's noch voll auf mich gegangen. Dieser Wichser. Ja, ja, das ist so. Die sind da auf mich gegangen mit. So nach der Rüstung wär was. Ja, hier kann man wieder schwimmen. Ey, der zieht ja automatisch. Ach, echt? Ja. Cool. Aber nicht mehr automatisch aus. Nooo. Oh, Gegner. Toll, warum hat das jetzt angezogen? Das brauche ich doch hier gar nicht. Wenn du vielleicht tauchst. Boah! Ich hab's schon abgehalten. Ich hab' meinen aufgeschlagenen Schlag... äh, aufgeladenen Schlag gehabt. Ach stimmt, das geht jetzt. Komm her! Komm her, komm her! Jetzt spring nicht immer an mir vorbei. Alter! So. Schlicht im Schacht, würd' ich sagen. Geh mir nochmal kurz waschen. Das kennen wir doch. Aber du bist doch gar nicht dreckig. Ja, das kommt gleich. Das kommt immer hinterher erst. Was ist denn das hier intelligent für dich? Momentaner Zustand Schmerzen. Warum? Glaub ich verletzt bin. Was ist denn eigentlich bei mir? Halt. Nichts. Ich bin stärker. Wieso? Weiß nicht. Ich bin auch athletisch, das ist so eine Frechheit. Ich hab zehn Tage überlebt, du nur acht. Was? Wie soll denn das gehen? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt Tag acht. Ich weiß es nicht. Baby? Ja. Wo ist die? Hast du's? Ja, das hab ich voll... das hab ich überhaupt nicht gesehen. Hat's dich erwischt? Nein, die sind nur vorbeigesprungen. Ach, hier sind wir. Cool. Da geht's nach links. Da sind zwei. Drei. Ai, 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 ai. Ich hol mal nen Boost. Ja, die schlagen sich selber. Auch gut. Aber ich glaube, die beschränken sich nicht unbedingt da noch auf. Geh mal weg da. Ja. Ja, die... Ja, die... Geh mal weg. Geh weg. Ja, schmeiß da hin. Du... Guter... Guter Wurf, sowas. Sehr gut an mir vorbei. Geh? Ah! Die greifen nicht an, das hab ich weiß. Das wird jetzt ja haust, glaub ich schon. Ja, dann schon. Du meinst, die sind nur behindert und laufen hier im Bescheid herum? Ja. Wo ist sie denn? Wo sind sie noch? Greifen nicht an, was? Ja, der ist zu nah wieder dran. Ha! Der hat noch geschwungen vom anderen und er hat dann... Zahn ausgeschlagen bekommen. Hinter dir, hinter dir! Alter! Da schlägt er mich auch noch. Der hat richtig ausgeteilt auf uns beide. Komm her! Uuuuh! Da komm nicht her! Oh, Bibi, Bibi! Hinter dir! Geh mir das zaga mal! Also ich bin fast hinne. Ich hab das schon geliebt. Ah, noch ein Bibi! Hab's hier nimmer. Sehr gut, ich hab's gehört. Und wie schaut's mit deiner Lebensleistung? Geht so. Könntest du auch mal endlich mal das Feuerzeug länger anlassen? Ist ja manchmal ein Segen, was? Ja. So ein Wichs! Was ist da witzig aus? Er kommt an! BOOM! Aufs Maul! Was ist da? Pass auf hinter dir! Mach nix! Das Song ist ohne! Uuuuh! Voll auf'n Rücken, du! Voll auf'n Rücken! Der ist verreckt! Ja! Der ist verreckt! Cool! Ich weiß, was ich jetzt empfehlen würde. Hm? Äh, da unten geht's weiter. Da können wir nicht hier tauchen. Da würd ich jetzt gerne mal weiter gehen. Oder? Nein, nein, nein! Geh nicht weiter, Erkundin! Ich glaub nämlich, wenn ich mich noch recht erinnne, findet man hier die Schlüsselkarte, die man stört. Ach, brauch man die! Ja! Für was brauchst du jetzt, hä? Um, um dann weiter zu... Strange! Loge Glöcke! Was? Ja! Finde ich bis jetzt irgendwie unlogisch. Das Problem ist, ich hab schon ungefähr, äh, zwei Drücke in meine Rüstung eingebunden. Mal wieder! Hm... Hm... Dynamit gefunden. Geil! Echt? Ja! Boah! 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 Ups! Hm, hätt' vielleicht nicht draufhauen sollen. Hm, 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 hm. Das macht mir den Koffer ab. Diese Messis. Äh, 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 schon lässt du's. So hart. Ja, ich bin schon wieder in Christian. Du bist so ein Lappen. Weiß ich warum. Weil du der Host bist. Mir passiert einfach gar nichts, da, schau. Unter einer guten Zustand gut, hier gar nichts. Hopp, baum. Ich? Du kannst mir mal Arschlecken. Doch, baum, 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 baum. So. Wir machen hier einen Cut. Und wir sehen's dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, wenn wir hier weitergehen. Tschüss. Tschüss.